Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige Einfamilienhaus wird in Düren erbaut. Dieses im Bau befindliche Haus wird 1948 fertiggestellt und verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 172 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 132 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 79.500 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017